Am Wochenende fand zum 25. Mal der internationale Wattpöhrmund Marathon statt. Mehr als 1200 Läufer nahmen in diesem Jubiläumsjahr an dem Marathon teil. Es gab verschiedene Strecken, 10 Kilometer, 5 Kilometer, 10 Kilometer Walking und den Bambini-Lauf. Auch im nächsten Jahr findet wieder ein Marathon in der Kurstadt statt. Untertitelung des ZDF, 2020